Hi Sportsfreund, großen Dank an dich, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Matthias und heute geht es um meinen Kanal. Sportsfreund, in den letzten Jahren habe ich sehr viel über Fitness gelesen und es wird Zeit, die Theorie in Praxis umzusetzen. Auf meinem Kanal zeige ich dir täglich effektive Übungen, um Verspannungen und Verkürzungen zu lösen und gleichzeitig den Muskelaufbau mit dem eigenen Körpergewicht zu fördern. Du kannst perfekt ohne Geräte trainieren. Mit leichten Verändungen im Winkel kannst du die Übung schwerer oder leichter gestalten. Ob für Anfänger oder für Profis, es ist für jeden etwas dabei. Hier wird nicht nur entspannt, sondern auch geschwitzt. Cardioeinheiten dürfen dabei nicht fehlen. Also Sportsfreund, in diesem Sinne, du hast ein Warum, warum du eingeschaltet hast. Ob du Rückenschmerzen lösen möchtest, schlanke Beine, einen festen Po, ein Sixpack, eine breitere Brust oder dicke Arme. Und in den ganzen Videos findest du etwas, was dich bewegt. Ohne Werbung und mit vollem Fokus auf die Muskelgruppen geht es jetzt los. Für die Workouts brauchst du eigentlich nur einen Boden und eine Motivationsquelle, die täglich für dich da ist. Schau mich an, ich bin nicht perfekt und ich zeige dir, was möglich ist. Wenn du am Ende der Videos etwas spürst, zum Beispiel deine Muskeln oder genauso am Schwitzen bist wie ich, ich freue mich über jedes Kommentar, was du hinterlässt. Hinterlass mir einen Daumen, dann feierst du meine Videos. Hinterlass mir ein Abo, das unterstützt gleichzeitig den Kanal und ich freue mich tierisch darüber. Du kannst auch gerne meine Videos beurteilen mit 1 bis 10. 1 ist einfach, 10 ist schwer und ich hoffe, wir treffen uns in der Mitte. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, täglich grüßt die Gymnastikmatte. Also, Sportsfreund, mach es gut oder mach es besser. Auf jeden Fall, bleib richtig motiviert und es gibt keine Ausreden. Schau mich an. Du weißt Bescheid, ich will kein Aufgeben sehen. Mach alles für einen gesunden, fitten Körper. In diesem Sinne, Freunde, gib dir ein High Five, Daumen nach oben. Und ich sag jetzt, ciao mit V. Euer Matthias.